Arbeit ist das zentrale politische Thema der kommenden sechs Monate, sagt der Bundeskanzler soeben jetzt am Wochenende. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht konkret im Mittelpunkt der Aufgabenstellung. Was auch dringend nötig erscheint, denn die aktuellen Zahlen sind nach wie vor besorgniserregend. Bei uns zu Gast nun die Arbeitsministerin, Christine Aschbacher. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke für die Einladung. Knapp 410.000 Menschen waren Ende September arbeitslos. Vor wenigen Tagen erst sozusagen die offizielle Statistik. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 8,4 Prozent. 6,2 Prozent, das ist doch schon deutlich weniger, sind es in Deutschland. Wieso geht es dort eigentlich um so viel besser? Also wir sehen, dass natürlich der Arbeitsmarkt aufgrund der Weltwirtschaftskrise hier extrem gerüttelt wurde. Und wir verzeichnen eine krisenbedingte Arbeitslosigkeit von 74.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Monat kann man das ungefähr vergleichen wegen den Saisonarbeitslosen. Und weil wir ja hier immer wieder in der Winterarbeitslosigkeit jedes Jahr einen Zustieg haben. Also deshalb ist auch jetzt saisonal bedingt die Steigerung wieder, die kommen wird. Und zugleich sind wir heuer in einem Ausnahmejahr aufgrund der Corona-Pandemie. Und dementsprechend, wir haben im Verhältnis zu Deutschland eine andere Struktur im Arbeitsmarkt. Wir haben beispielsweise 15 Prozent des BIPs, wird durch den Tourismus erwirtschaftet. Wir sind eine Exportnation von 6 von 10 Euro werden im Ausland verdient. Und wenn wir uns beispielsweise jetzt den Tourismus im Detail anschauen, dann sehen wir im Westen sind es die Bundesländer, die sehr stark im Tourismus tätig sind. Hier ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor sehr, sehr hoch. Und zugleich in der Steiermark oder Oberösterreich, hier haben wir sehr starke Industriebundesländer, auch gekoppelt mit Tourismus. Aber hier ist es so, dass wir teilweise schon wieder einen Lehrlingsmangel verzeichnen. Das heißt, der Zuwachs ist dort bedeutender, auch im Vergleich zu Deutschland, wo eben diese dienstleistungsorientierte Tourismuswirtschaft tätig ist. Und das kann man quasi strukturell gar nicht wirklich bereinigen. Es ist halt jetzt ein bisschen ein Pech, der Erfolg des österreichischen Tourismusmodells wird jetzt ein bisschen zum Fluch, weil diese Jobs, wenn Reisewarnungen stehen, einfach schwer gehalten werden können. Uns tun diese Reisewarnungen sehr weh. Wie Sie kurz angesprochen haben, Herr Koller, es geht darum, wenn die Gäste nicht aus Deutschland zu uns nach Österreich Urlaub machen können, fällt viel weg. Und nicht nur bei den Hotels direkt, sondern ja aufgrund der ganzen Wertschöpfungskette. Davor und danach, viele Kleinst- und mittlere Unternehmen sind vor Ort daran gekoppelt und auch viele EPUs. Und dementsprechend müssen wir jetzt gemeinsam schauen, dass die Infektionszahlen wieder runtergehen, dass wir Schritt für Schritt weniger Reisewarnungen bekommen oder wieder zurückkehren. Und dementsprechend gilt es hier auch, dass alle Menschen jetzt mit anpacken. Und hier ist halt Disziplin von uns allen gefragt. Ja, 8,4% die Quote aktuell. Sie haben es schon gesagt, ziemlich genau 75.000 Menschen im Jahresabstand mehr. Das sind sozusagen offenbar auch massiv Corona-bedingte Zuwachs an Arbeitslosigkeit. Das ist die krisenbedingte Arbeitslosigkeit. Die sinken zwar seit dem Höchststand von Mitte April, aber nichtsdestotrotz sind es 75.000 Menschen mehr knapp, also über 74.000, die im Meer arbeitssuchend sind als letztes Jahr um diese Zeit. Und hinter jeder einzelnen dieser Zahlen stecken ja Einzelschicksale. Jeder und jeden, den wir wieder in Beschäftigung bringen können, ist ein Erfolg in die richtige Richtung. Und auch wenn wir uns daher anschauen, der Arbeitsmarkt ist enorm dynamisch zurzeit. Es ist sehr ernst, die Lage ist sehr ernst. Und zugleich konnten wir heuer insgesamt über eine halbe Million Menschen wieder in Beschäftigung bringen, trotz der Krise. Und da merken wir, dass sehr wohl Nachfrage gibt es in gewissen Segmenten und vor allem in gewissen Regionen. Und zugleich aber auch ist gerade die Arbeitslosigkeit, die jetzt auch durch Anpassungen in den großen Unternehmen erfolgt, hier natürlich besorgniserregend. Ja, auf der anderen Seite durchaus ein Erfolgsmodell. Die Kurzarbeit, die hat sich dramatisch reduziert um etwa eine Million. Da sind derzeit knapp unter 300.000 Menschen betroffen. Aber trotzdem, wenn man beide zusammenzählt, knapp 300.000 in Kurzarbeit, rund 75.000 zusätzlich Arbeitslose, kommt man auf ungefähr 370.000 Menschen, die derzeit von Corona mehr oder weniger ganz intensiv betroffen sind. 370.000 Jobs plus natürlich deren vielleicht familiäres Umfeld. Das ist schon eine Menge, die vor dem jetzt erwarteten Anstoß der Winterarbeitslosigkeit, und es wird wohl mehr werden, jetzt quasi ein Sockel ist, der nicht besser werden wird in nächster Zeit. 370.000 Jobs. Also grundsätzlich möchte ich unterscheiden zwischen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Also in Kurzarbeit sind die Menschen in Beschäftigung. Das ist auch das Kriseninstrument, wo wir viele, viele Arbeitsplätze retten und sichern konnten. Und zugleich ist jetzt die Phase 3 gestartet der Corona-Kurzarbeit. Hier gilt es darum, Planungssicherheit zu geben. Über den Winter und Herbst auch jetzt schon, der durchaus stürmisch werden kann, hier Planungssicherheit für all jene, die nach wie vor aufgrund der Corona-Pandemie wirtschaftliche Einbußen haben. Deshalb die Phase 3 von Oktober bis März ist jetzt zu beantragen. Auch für Unternehmen haben wir die Arbeitszeit von 30 auf 80 sozusagen weiterentwickelt. Aber falls es zu Einzelfällen auch kommt, wo 30 Prozent Arbeitszeit aufgrund der Auslastung nicht möglich ist, wie zum Beispiel in Teilen des Städtetourismus oder auch teilweise in verschiedenen Industriebereichen, ist es hier möglich, einen Antrag zu stellen. Beim AMS den normalen Kurzarbeitsantrag, dass eben weniger als 30 Prozent gearbeitet werden kann aufgrund der Prognosen. Und dementsprechend ist es dann auch möglich, die Kurzarbeit sehr wohl in Anspruch zu nehmen. Und wir sagen, dort unterstützen wir es notwendig. Also bitte Kurzarbeit vor Kündigung in Anspruch nehmen. Absolut, keine Frage, das ist das politische Ziel, macht ja auch Sinn. Es sind ja sehr viele auch wieder zurückgekommen in ein vollständiges Arbeitsverhältnis. Keine Frage, rund eine Million, das ist schon beachtlich. In der Phase 3 muss man eben zumindest 30 Prozent Beschäftigung sozusagen für die Mitarbeiter haben. Der Rest wird dann letztlich vom Bund bezahlt, auf die 100 Prozent. Jetzt sagen aber, Sie haben es gerade angesprochen, manche, und vorige Woche hatten wir als den Chef des Hotels Sacha da, den Matthias Winkler, er schafft es einfach nicht. Er hat aufgrund einer Buchungslage von rund 10 Prozent, und Städtetourismus hat derzeit so eine doch katastrophale Buchungslage, er hat einfach nicht für 30 Prozent Beschäftigung. Das heißt, auch die können, bevor sie die Mitarbeiter kündigen, eine Art Sonderkondition sozusagen beanspruchen und es genügt dann auch nur 10 Prozent zu beschäftigen. Genau. Das gilt schon jetzt für die Phase 3, für all jene Unternehmen, die 30 Prozent Auslastung nicht schaffen, 30 oder mehr Prozent, ist es möglich, im Antrag zu schreiben, wir brauchen 10 Prozent Arbeitszeit, 15 Prozent Arbeitszeit und den Rest bitte Unterstützung, wie bei der Kurzarbeit 1 oder 2. Und wenn mehr gearbeitet werden kann, dann ist es nur gut und richtig, aber dann soll auch nur das, was mehr gearbeitet werden konnte und hier die Ausfallstunden beim AMS abgerechnet werden. Genau. Das ist ja ein bisschen so die Krux, auch was Missbrauch betrifft. In der Phase 1 und 2 gab es ja dann Gerüchte, wonach Unternehmen gesagt haben, meine Mitarbeiter sind nur zu 10 Prozent ausgelastet. Der Rest der Bezahlung wird ja dann de facto über das Kurzarbeitsmodell vom Bund bezahlt. Und in Wirklichkeit waren die Mitarbeiter, und oft wussten die gar nicht, dass sozusagen von ihnen behauptet wurde, sie wären nur 10 Prozent im Einsatz, denn die haben gearbeitet, 50 Prozent, 70 Prozent, vielleicht sogar Vollzeit. Und damit hätten sicher Unternehmen die Bezahlung der Mitarbeiter bis auf 10 Prozent, für die sie offiziell angemeldet waren, wirklich zur Gänze erspart. Das war dieser Missbrauch, da war der Finanzminister auch sehr stark dahinter, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird. Jetzt sieben Monate nach Beginn, wie steht es da? Wie verbreitet ist denn diese doch sehr schlimme Problematik? Also wir akzeptieren keinen Missbrauch. Und der Herr Finanzminister und ich haben unsere ausführenden Behörden darauf angehalten, einerseits die Finanzpolizei und andererseits das AMS, miteinander hier zusammenzuarbeiten, sehr sehr eng. Das heißt, wenn Kontrollen über die Finanzpolizei sind, und die geben jeden Verdachtsfall, jeder Verdachtsmeldung, gehen die nach, dass mehr gearbeitet wird und gleich viel oder mehr abgerechnet wird. Und dementsprechend sagen wir, dort wo mehr gearbeitet wird, das ist nur gut und richtig. Absolut. Und dann sollen aber auch nur die tatsächlichen Ausfallstunden zur Abrechnung beim AMS eingereicht werden. Und hier unterstützt ja auch die Bundesbuchhaltungsagentur. Das heißt, hier sind die ausführenden Organe sehr, sehr eng in Abstimmung. Viel aber auch bei den Missbrauchsfällen, die wir jetzt identifizieren im Zuge der Kurzarbeit, sind überhaupt Anmeldungen, wo die Mitarbeiter zum Beispiel nur geringfügig angemeldet sind und mehr arbeiten. Das tolerieren wir auch nicht. Und zugleich aber auch illegale Ausländerbeschäftigung. Und auch da gibt es eine Nulltoleranz. Dementsprechend ist das wichtig und auch das wird uns noch jahrelang begleiten, weil wir auch im Nachhinein dann sozusagen den Umsatz, den erzielten, mit natürlich den Ausfallstunden auch noch korrelieren können. Boom. Also das wird im Nachhinein noch angesehen. Kann es tatsächlich sein, dass die Mitarbeiter angeblich nur so wenig gearbeitet haben, obwohl der Umsatz vielleicht nicht eingebrochen ist? Das heißt, da sehen sie sich im Nachhinein an und sagen, aha, der hat den gleichen Umsatz, behauptet, die Mitarbeiter arbeiten nur so zu dem Prozent. Das kann einfach nicht stimmen. Ja, selbstverständlich wird das auch im Nachhinein noch Jahre hinach da noch auch verfolgt, weil wir arbeiten ja mit Steuergeldern. Wir wollen gezielt unterstützen, um Arbeitsplätze zu erhalten, zu sichern, damit ja dann die Unternehmen gemeinsam mit ihrem bewährten Team wieder mehr und mehr arbeiten können. Und wir sehen, dass bis zu eine Million Menschen wieder in Normalbeschäftigung sind, aus der Kurzarbeit heraus. Also es funktioniert. Und deshalb ist ja die Kurzarbeit auch so flexibel anwendbar, dass man vorher aus jetziger Sicht zum Beispiel sagen kann, naja, 30 bis 40 Prozent Arbeitszeit, schätze ich, werden wir brauchen und den Rest bitte als Unterstützung durch die Kurzarbeit. Und wenn dann mehr gearbeitet werden kann, dann braucht das Unternehmen nur die Ausfallstunden, die tatsächlichen Ausfallstunden abzurechnen und damit funktioniert das. Oder auch in einzelnen Bereichen, wenn man das ganze Unternehmen in Kurzarbeit gibt und man merkt in zwei Bereichen, von vier zum Beispiel, kann man wieder ganz normal dem Betrieb nachgehen, in Normalbeschäftigung zurückgehen, kann man diese Bereiche aus der Kurzarbeit nehmen und die anderen zwei, dort wo es nach wie vor notwendig ist, aufgrund der Weltwirtschaftskrise, kann man noch die Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Ja, das Modell erscheint eh sehr vernünftig, sagen ja auch viele, das ist in Ordnung, aber natürlich regt die Leute auf, man sieht ja auch auf Krone.at, wenn es da vermeintlich Missbrauch geben würde, um das Thema abzuschließen. Es gibt ja schon die ein oder andere Razzia, es gibt Erfahrungen, es gibt die Finanzpolizei, die sich das ansieht. Reden wir da von einem Prozentsatz, was Missbrauch betrifft, im einstelligen Prozentsatz aller betroffenen Unternehmen oder wie groß in etwa, damit man sich das vorstellen kann, von welcher Dunkelziffer reden wir da? Schauen Sie, uns ist wichtig, dass wir jedem Einzelfall, der gemeldet wird, wo Missbrauchverdacht vorliegt, nachgehen. Und hier ist es entscheidend, dass dann die Finanzpolizei eng mit dem AMS, die die Abrechnungen durchführt, zusammenarbeitet und das passiert. Welche Prozentsatzzahlen es gibt, das werden wir erst im Nachhinein erfahren, weil die Phase 2 ist jetzt erst in Abrechnung und dadurch kann man dazu noch nichts quantitativ sagen. Aber ich kann Ihnen nur sicherstellen, dass wir alles dafür tun, um Arbeitsplätze zu sichern. Deshalb auch die Kurzarbeitphase 3, die man einen Planungshorizont gibt für den Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein halbes Jahr. Und auch die Mitarbeiter bekommen nach wie vor 80%, mindestens 80% ihres Gehalts. Da kann man sich schon darauf verlassen. Und eben die Unternehmen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann, wenn es wieder losgeht, dann durchstarten mit dem bewährten Team. Das ist uns wichtig. Und zugleich eben tolerieren wir keinen Missbrauch in diesem Bereich. Okay. Ja, die Berichte von den Unternehmen selber sind doch auch ziemlich martialisch negativ ausgefallen. 1000 Jobs bei Swarovski werden abgebaut, 500 bei der VÖST in der Steiermark, eine der beiden Hauptstandorte der VÖST, 600 beim Flugzeugbauer FACC in Oberösterreich, eines dieser Hidden Champions, ein bei Radiounternehmen, 300 bei Docker in Amstetten. Ich könnte jetzt noch lang weitermachen. Das sind so negative Leuchttürme, die ein bisschen verunsichern. Jetzt sind tatsächlich ja sehr, sehr viele Menschen mit aus der Kurzarbeit zurückgekommen. Ich würde mal sagen, das ist objektiv schon herzeigbar. Jetzt gibt es auf der anderen Seite allerdings in den letzten Tagen und Wochen diese Kündigungsankündigungen. Wie beurteilen Sie denn das? Ist das jetzt nur die Spitze des Eisbergs und das ist der Beginn eines Dominoeffekts, weil alles zu rutschen beginnt? Oder gibt es tatsächlich trotzdem nur Vereinzelkündigungen? Schauen Sie, es ist jetzt gerade diese Zeit, wo viele Unternehmen Erfahrungen gemacht haben, auch in dieser besonderen und herausfordernden Zeit und Transformationsprozesse eingeleitet haben. Und diese führen dann Anpassungen durch, dort und da. Und natürlich jeder Einzelne oder jede Einzelne, die davon betroffen ist, nehmen wir ernst und macht mich als Arbeitsministerin nachdenklich. Deshalb haben wir als Bundesregierung gesagt, wir wollen gerade in die Menschen investieren, die jetzt nicht besonders, die es jetzt schwierig haben, einen Job zu finden oder die eben aufgrund der wirtschaftlichen Situation, deshalb machen das ja auch die Unternehmen oder müssen sie es machen, Anpassungen vornehmen. Und hier unterstützen wir mit der Joboffensive. Das ist das größte Weiterbildungsprogramm in der Geschichte der Zweiten Republik, wo wir bis zu 100.000 Menschen in den kommenden Jahren mit 700 Millionen Euro unterstützen, dass sie sich weiterbilden, umqualifizieren, aber auch in die Tiefe gehen und ihre Qualifikation noch verbessern, um eben bessere Jobchancen auch zu haben. Da sind wir gerade am Start und unterwegs damit und wo wir eben gezielt auch mit den Unternehmen in direkten Gesprächen sind, über Arbeitsstiftungen oder auch über Arbeitsplatznei-Qualifikationen. Weil wir brauchen die Menschen, die mit anpacken und mitarbeiten und dementsprechend investieren wir in sie. Macht die Bundesregierung eh. Das Projekt 100.000 Personen da quasi umzuschulen, ist ja auch nichts für schwache Nerven. Keine Frage, das passiert ja. Aber Sie sagen, das müssen Unternehmen machen, das ist halt so eine Sache. Unternehmen, die auch eine Standortgarantie abgegeben haben, ich denke jetzt an MAN oder auch andere, kündigen trotzdem. Das ist schon ein starker Tobak. Bei anderen, wo man annehmen würde, die hätten ein gutes Geschäft, weil zum Beispiel in der Verpackungsindustrie tätig, verlagern die Produktion dann nach Osteuropa, wo es mutmaßlich günstigere Arbeitnehmer gibt. Natürlich können die betroffenen Mitarbeiter da nichts dafür und wahrscheinlich auch wenig eingreifen konkret. Aber kann die Bundesregierung da irgendetwas tun, Unternehmen, die jetzt gerade abwandern, daran zu hindern oder zumindest bereits erteilte Förderungen zurückholen? Also wir arbeiten hier in vereinten Kräften und so wie es der Herr Bundeskanzler gesagt hat, ist das Thema Arbeit und Arbeitsplätze sichern ganz oben auf der Prioritätenliste. Und in vereinten Kräften, auch mit der Wirtschaftsministerin, geht es eben gerade darum, dass wir die Standortthematik hier vor den Vorhang heben und sagen, was machen wir alles mit der Forschungsförderung, mit der Investprämie und aber auch mit beispielsweise der Kurzarbeit, wo wir sagen, über die Zeit der herausfordernden Zeiten unterstützen wir, damit eben die Mitarbeiter gehalten werden. Also hier sind wir natürlich in einem internationalen Wettbewerb und wir befinden uns auch in einer internationalen Wirtschaftskrise. Das darf man nicht vergessen, wir hier in Österreich investieren hier extrem viel, einerseits am Budget, aber andererseits auch in die Menschen direkt, damit sie eben die besten Chancen am Arbeitsmarkt haben, die wir brauchen. Passiert ja tatsächlich, viele attestieren ja da eh sehr viel bemühen, aber wenn ein Unternehmen wie MAN, um es jetzt konkret anzusprechen, 2300 Mitarbeiter freisetzt, indem das Werk geschlossen wird in einigen Jahren, obwohl ja eine Art Standortgarantie existiert oder so etwas ähnliches zumindest, wird die Bundesregierung da auch aktiv, jetzt unabhängig davon, dass die Mitarbeiter vielleicht umgeschult werden und all das, was Sie schon gesagt haben, auch über erteilte Förderungen mit den Unternehmen zu sprechen, dass die möglicherweise zu einem Teil zurückgefordert werden? Also beispielsweise bei MAN ist unser Herr Bundeskanzler morgen vor Ort, um direkte Gespräche zu führen. Wir als zuständige Ministerinnen, wie beispielsweise die Margarete Schrampig und auch ich sind natürlich im direkten Kontakt, aber auch über unsere ausführenden Organisationen. Zum Beispiel das AMS meldet sich sofort über das Service für Unternehmen bei jedem Unternehmer, der sagt, sie müssen Anpassungen machen, sie müssen eine Frühmeldung abgeben, um hier zu schauen, wo kann man unterstützen, wo ist auch der mittelfristige Weg des Unternehmens und kann man vielleicht durch Unterstützungsprogramme nicht doch auch Arbeitsplätze erhalten oder hier sicherstellen? Es geistet ja dieses schlimme Wort des sogenannten Zombie-Unternehmen seit einiger Zeit durch die Medien. Das sind Unternehmen, die es auch ohne Corona mutmaßlich nicht mehr lange geschafft hätten, denen es einfach schlecht gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass jeder immer nur wirtschaftlich erfolgreich ist. Es gibt auch Unternehmen in Schieflagen. Die sollen ja, das ist auch eine Aussage von Ihnen, nicht gefördert werden oder sozusagen nicht jetzt künstlich am Leben erhalten werden, um sozusagen den Niedergang nur künstlich hinaus zu zögern. Wie schafft man es eigentlich, die zu separieren von den anderen, die sozusagen durchaus bewusst gefördert werden? Schauen Sie, uns ist wichtig, dass wir die Unternehmen mit den vielen Arbeitsplätzen durch die Krise begleiten, die dann, wenn die Auftragslage wieder besser wird, wieder durchstarten können. Das ist ja das Prinzip, wo wir immer in einem Dialog sind, Wirtschaft und Arbeitsmarktpolitik. Und dementsprechend, die Unternehmen, die es schon vorher harten, haben es natürlich jetzt durch die Krise noch härter. Aber deshalb haben wir die Corona-Kurzarbeit zum Beispiel auch für die Phase 3 weiterentwickelt, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung am Anfang einzuziehen, wo es darum geht, dass man Umsatzeinbußen von mindestens 15 Prozent attestiert nachweisen kann über einen Wirtschaftsprüfer oder über einen Bilanzbuchhalter, der das sozusagen unterschreibt. Also die Treffsicherheit hier erhöhen. Aber uns ist es schon wichtig, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen und wo es geht zu unterstützen, dass wir diese auch weiterziehen können. Aber Unternehmen, die es wirtschaftlich nicht schaffen, wo vielleicht davor schon die Nachfrage nicht gegeben war, wo vielleicht eine tolle Geschäftsidee war, aber die, die nicht funktionieren, können wir auch hier nicht künstlich durch die Krise sozusagen tragen, wenn auch danach kein Ausblick mehr ist. Natürlich, das ist aber sehr schwer, quasi die zu separieren von denen, denen es eh gut gegangen wäre und sozusagen, ihr kriegt die Kurzarbeit und die anderen kriegen es nicht, weil die Geschäftsidee ist nicht gut. Wird nach solchen Kriterien auch geprüft jetzt? Nein, nach solchen Kriterien wird jetzt nicht geprüft, weil wir das ja im Zuge der internationalen Weltwirtschaftskrise ja gar nicht verifizieren können. Aber die, die es schwer hatten und jetzt künstlich sozusagen weiter am Leben bleiben, hier wird es eine natürliche Aussortierung auch geben, aufgrund des Angebots und der Nachfrage. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass wir als Bundesregierung um jeden Arbeitsplatz kämpfen und auch die Unternehmen so gut wie möglich durch die Krise führen wollen, weil es geht jetzt darum, alles unter einen Hut zu bringen. Wir können nicht Arbeitsplätze retten und die Unternehmen nicht, sondern hier marschieren wir gemeinsam voran und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir auch gemeinsam jetzt so gut wie möglich durch diese herausfordernden Zeiten kommen. Und eines kann ich auch noch sagen, es wird wieder besser. Auch wenn noch nicht alles gut ist, aber es wird wieder besser werden und da müssen wir jetzt noch gemeinsam durchhalten. Ganz zum Schluss noch, Sie sagen, es wird wieder besser. Meinen Sie, weil jetzt ein Impfstoff in Sicht ist oder weil es irgendwelche volkwirtschaftlichen Anzeichen gibt, dass es trotz Corona besser wird? Es ist die Forschung schon recht weit mit einerseits dem Impfstoff und andererseits aber auch mit der Medizin gegen das Coronavirus. Und auf das setzen wir. Und jetzt ist es wichtig, dass wir aber gemeinsam durchhalten und diese Zeit auch dort, wo es möglich ist, nutzen. Mit zum Beispiel Weiterqualifizierung, mit Umschulungen auch. Und hier diese Angebote auch wahrnehmen. Also auch, wenn jemand arbeitssuchend geworden ist, im Zuge der Krise oder schon davor, dann kann der oder diejenige zum AMS-Berater gehen und sagen, ich möchte mich gern weiterqualifizieren. Wo werde ich gebraucht? Was interessiert mich auch? Das heißt, wir investieren hier irrsinnig auch viel in die Berufsorientierung, damit ja dann auch das Matching passt, wo man sich nachhaltig auch wohlfühlt und hier tagtäglich arbeiten gehen kann. Und dazu nehmen wir 700 Millionen Euro in die Hand. Und das für alle Zielgruppen auf allen Ebenen. Ja, es ist eine durchaus sehr breite Klaviatur, auf der da gerade parallel gespielt wird. Frau Minister, vielen Dank für Ihre Zeitung, für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Alles Gute. Ja, Arbeit ist das zentrale politische Thema der nächsten sechs Monate. Das ist doch dringend nötig, um die Zahlen sozusagen weiterhin im Zaum zu halten, die Zahlen der Arbeitslosigkeit. Wir begleiten dieses Thema natürlich ganz intensiv. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Halten Sie durch mit uns. Alles Liebe. Auf Wiedersehen.